Noa-kun, Merissa-Joh! Maximus! Ich habe gehört, dass ich mich nicht mehr helfen kann. Ich habe doch beinahe da was ausrichten können, ohne ganz Armee. Ich habe bereits zu Hause, dass ich mich nicht mehr helfen kann. Danke. Danke. Aber ich konnte euch helfen, aber ich kann euch nicht helfen. Das ist nicht das, was ihr. Was ist das? Ja, die Euclis und die Peri-Ael-城 sind bereits aufgerichtet. Ich denke, ich bin dabei auf den Tisch. Ich habe wieder ein Gespräch mit dem Meerisa城. Ich weiß, dass wir die Gespräch haben. Ich weiß es. Ich weiß, was ich hier hast. Ich habe meine eigene Arbeit. Aber ich habe die Zeit nicht für mich. Ich habe es für mich hier. Mal ein bisschen die Ausrüstung aufstocken, weil man schon einen Charakter hat. Alter, jetzt haben die schon wieder was Neues drin. Ist das der Anst? Ich glaube, ich gehe bei Marissa jetzt auf eine mittlere. Durch das Mann. So, wie gesagt, da gehe ich bei Marissa jetzt auf das. Durch das Mann, sogar zwei Verteidigungen runter von einem Magier-Demann. So, wie gesagt, da gehe ich bei Marissa. So, wie gesagt, da gehe ich bei Marissa. So, wie gesagt. So, wie gesagt, da gehe ich bei Marissa jetzt auf. So, wie gesagt, da gehe ich bei Marissa jetzt auf. So, wie geht es? Aber ich finde es schade, dass das dann bei meinem... Warte mal, hat dann der Laden hier auch noch was Besseres? Also schön wäre es, wenn der auch was besseres hätte, der hohen Laden. Die Inferno-Dinger wären nicht schlecht. Der Feuer hat so... Also nichts Bescheides. Mit uns auch. Dann muss ich eine dritte Stufe bei uns im Laden machen. Das geht doch nicht. Aber ich habe... Ohren und 100 Leute. 100 Leute haben wir noch nicht erreicht. Wir sind kurz davor. Oh, da geht's. Jetzt bleibt noch eine kleine Storyline. Musik ja bald. Noch kann ich's beleisen. Das sind fast 10.000 Euro. Okay, das kann ich nur noch leisen. Ich glaube es sind sogar 10.000 Euro gerade da. Soll ich etwas nicht machen? Was gibt noch? Noch geht's. Und das Spiel hätte letztes Jahr schon rauskommen sollen, ne? Aber es war ein paar Zuck. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Das Spiel ist... Es hat noch so eine Mail... Es hat noch so eine Mail... Ein paar Entscheidungen mit mir so... Es hätte auch anders machen müssen. Die zum Beispiel ein Sexbox, die so wackelt. Das mit den Shiariks, die... Die Autos mich aufhören wollen, zu singen. Und ich würde mich auch wieder aufhören. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns wieder aufhören müssen. Terriere, Sey, alle sind hier. Das ist gut. Ich habe gesagt, dass ich in der Stadt der Gardeien gesagt habe. Ich glaube, es war auch sehr schwer. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe gesagt, dass Yuenma bleibt. Ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht verletze, aber... Ich habe auch gesagt, dass Yui-Lin nicht verletzt wurde... Ich glaube, dass ich nichts tun kann... Aber ich möchte, dass ich alle zusammengekommen bin... Ich denke, dass ich mich noch nicht verletzen bin. Ah, wir können jetzt auch noch ein paar andere zu Verbindeten machen. Wieder. Ich sehe nämlich noch ein paar über Yuma und Cassius. Vielen Dank. Und auch, wenn ich mich über die Zukunft über das Thema beschäftigt habe. Dann hole ich mir noch ordentlich Verbindete. Das ist das, was ich jetzt noch nicht. Aber ich will erst mal Garon ins Team wiederholen. Ich glaube, dann fangen wir jetzt an wieder mit Rekord her. Oh, da ist ein Dragoon voll. Vorher war der Zeit der Nord-Sphalia-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab. Aber es war ein paar verschiedene Situationen. Ich habe mich über die Verkaufstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kachstab-Kach Ich bin der Kumpel, ich bin der Kumpel. Das war's. Ja, wenn wir keine Kraft haben, können wir uns nicht beantworten. Und heute wird es auch so sein. Unsere Armee sind mittlerweile richtig mächtig. Wir waren kurz darauf an Drachen zu reputieren, aber der andere Arsch. Aber der weiß. Vielleicht... Vielleicht... ich versuche, Level 50 zu erreichen und den Drachen dann noch nach so machen. Vielleicht wird das dann leichter. Es gibt noch ein paar Leute, da bin ich einfach noch zu schwach für sie zu rikultieren. Ich glaube, ich bin nur noch ein paar Leute, die Scherke und die Scherke und die Scherke und die Scherke und die Scherke. Ich glaube, dass ich ein wenig im Glühmwerk hatte. Ich glaube, ich hab nur noch nicht gedacht, dass du sie mit dem Glühmwerk gemacht hast. Das war aber auch. Du hast gesagt, Noa. Du bist so großartig, aber du bist so großartig. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Ich will... Du bist so großartig. 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 Ich habe in dieser Krieg, ich habe viele Menschen gesehen. Und ich habe viele Menschen in der Krieg. Ich habe viele Menschen in der Kriegespiegelung. Ich habe es touchiert. Ich habe es so großartig. Ich habe es sehr gut in dieserviewe. Ich habe es nicht angemüttert. Dette ist es für die Kategorie. Ich habe einen anderen Samstag als ihr Itiner von Klamotek. Der war eines kurzen Vorschläges. Aber ich finde, dass ich das Gefühl, was so ein Krieg für eine Operation ist. Der Richter, die ich gerade nicht sinnvoll. Aber ich denke, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt notwendig ist. Hmph. Man ist ein sehr starker Mensch. Man kann es nicht sagen, was man sagt. Aber das ist das Gefühl, woher man sich selbst fühlt? Was ist das, was der Kiel-Nan der Kiel-Nan gekommen ist? Ich habe noch nicht geliefertigt, aber... Hm, hier ist es auch möglich. Das ist das Problem. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Hmm... Das ist ein Geist von Aldrich. Ich glaube, es ist ein Geist. Das ist nicht so schlimm. Wenn die Kiel-Nan gekommen sind, die der Kiel-Nan kam, dann wird der Kiel-Nan nicht gewonnen. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Was ist das? Ich glaube, dass ich mich nicht mehr auf dem Weg zurückkehren muss. Es ist einfach zu sagen, aber es ist etwas, was ich? Wenn ich mich für die Begründung des Gätschenschläge und die Begründung des Gätschenschläges habe, dann kann ich das machen. Ich zeige euch mal, was ich? Oh, das ist ein Führer der Führer, die der Führer der Führer? Wenn du das, was du, was du? ... 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 Ahahahha! Dann können wir uns nicht warten, dass du mit dem Team-Leader der Team-Leader gewonnen hast. Ich werde das nicht aufzunehmen, Noah. Ich habe einen Weg, da ich es zu glauben! Ich werde es tun. Was ist das? Das war's für heute. Das stimmt, aber bitte. Ich habe ein wenig Zeit, aber ich habe noch etwas Zeit, und ich habe noch mal, dass ich hier im Haus wieder zurückgekommen. Dann gehen wir nach Maxim, und wir werden mit allen anderen Kumpel-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller-Müller. Ja, ich glaube, dass noch hierher kommen. Ich glaube, dass hier ein paar Leute kommen. Aber ich glaube, dass du wirklich gut in den Weg bist, wenn du da bist. Das ist ein paar Sachen. Ich glaube, dass du da bist, wenn du da bist. Wenn ich mich nicht verletze, würde ich es nicht verletzen. Aber was ist es, was ich verletze? Ich habe gesagt, dass ich es später verletze, aber... Ich freue mich noch nicht. Ich freue mich noch. Ich muss noch eine Gruppe bilden. Ich hoffe, ich kann eine Gruppe bilden. Oh, dein Beisein würde es versuchen. Ich meine... Du bist die V Nico-Larbe und ich muss noch eine Gruppe bilden. Ich kann mich Value auf den Marlrich nicht auf dem Team wie ich bin. Ich kann mich naugieren, dass ich Palen armen. Ich kann mich mit meinem Team absch Georgia abschneiden. Ich kann mich auf den Barschland rausnehmen. Jetzt kann ich Garou wieder als Team nehmen. Jetzt können wir uns die DJ holen und noch viele weitere. Garou ist ein bisschen schwach geworden. Obwohl schon Level 40 ist eigentlich ein guter Start. Aber ich muss ihn halt upgraden. Wie ihr seht, Level 9. Ja. So, noch einen für hinten. Gibt es ein paar, die jetzt... Marissa kann ich ja da? Das ist noch nach vorne oder nach hinten. Nee, aber jetzt nicht mehr so unbedingt nach vorne. Hm, ein little one. Sie ist noch nicht starr. Ich würde da gerne mit der Carry nach vorne. Carry ist 41. Ist eigentlich auch ein... Cariel ist auch ein... Ist die gelevelt in letzter Zeit? Oder sind die einfach nur so stark geblieben? Ich glaube sie sind so stark geblieben. Chesska ist aber auch Level 40. But... Hä? Ne, die Charaktere leveln nicht mit... Butter? Ne, ne, ne. Manche von denen sind halt noch... Ist aber auch Level 40. Ne, ne, ne. Die waren einfach schon so stark. Das sind so schwierige Entscheidungen. Mir würde ich es wohl auch gerne mitnehmen, aber es... Wieso? Man kann halt nur 6 Leute und nur ist gut. Das ist schon eine ordentliche Gruppe. Das ist ja schlimmer als ein Genshin. Das ist ja alles gut. Ich brauche ne sehr gute Heilerin. Lillwyn hat... ... halt gute Heilung. Und dann noch Marissa. Marissa ist... Ich bin bereit. Pemme, Pemme! Pemme, Pemme! Dann noch Marissa. Ich bin bereit. Pemme, Pemme! Pemme, Pemme... Ja, bleiben wir erstmal bei dem Team. Es gibt halt Charaktere, die möchte ich nicht austauschen, wie Isha, zum Beispiel, oder Milana. Hakugin. Die ist auch schon ziemlich krass. Melvin will ich auch irgendwie nicht mehr austauschen. Marissa, oh, die ist stark, deswegen lasse ich sie erstmal drin. Lian will ich mal wieder reinpacken. Untertitelung des ZDF, 2020